Oh nein! Oh mein Gott! Servus liebe Freunde! Willkommen zu einem Outlast Video Teil 9? Ja, Teil 9 glaube ich. Und ja, wo sind wir eigentlich? Ich weiß gar nicht genau. Ach ja, was ist denn da der Kanalisation? Wo muss ich jetzt hin? Ach so, ich weiß jetzt wieder, wo ich bin. Ja, genau, da bin ich dann gestorben und dann habe ich aufgehört. Oh, oh, fieser Pferdzeug. Schau mich jetzt an, schau mich jetzt an, Alter. Ja, der hört mich halt nicht, wie ich so im Wasser laufe. Oh, das ist... Gut, der ist da hinten, das sieht mich nicht. Okay, ich weiß nicht, was ich... Wie muss jetzt da hoch? Muss irgendwie da hoch kommen? Nulli. Hallo? Komm ich da hoch? Das war jetzt schon komisch. Ah, da komm ich hoch! Ja, da komm ich hoch! Ja, da komm ich hoch! Da komm ich hoch! Da komm ich hoch! Oh, oh. Oh, na. Oh, oh. Oh Gott! Oh! Wann kommt er da runter? Halt! Oh! Oh! Okay. So ist es glaube ich für den ersten Ausgang. Wo ist der Typ? Wo ist der Fettzeug? Da ist der Fettzeug. Gut. Da müsste die Leiter ungefähr hier drüben sein. Okay. Hallo? Da ist die Leiter, genau. So. Das muss ich dann ganz schnell rennen. Ah! Ich hab's wieder mehr geschafft. Verdammt, Mann! Wo ist der? Verdammt, wo ist der, Mann? Ah, da ist er scheiße. Ah, ist er gut. Ah, da ist er wieder. Schnell! Schnell! So knapp! So nah! So nah! So nah! So nah! Wo ist er? Wo ist er? Oh Gott, da ist er! Oh, da ist er. So nach dem? So nach dem? Ah, das war doch!